Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr ein Ohrenkneifer-Hotel selber basteln könnt. Jetzt fragt der ein oder andere sich vielleicht, Ohrenkneifer, was sind das überhaupt für Tiere und warum sollte ich ihnen ein Hotel bauen? Ohrenkneifer sind braune kleine Insekten mit einer Zange am Hinterteil, welche so aussieht, als könnte man mit ihnen gut Ohrringlöcher in die Ohren stechen. Der ein oder andere wurde vielleicht auch als Kind damit aufgezogen, dass dir die Ohrenkneifer in die Ohren kneifen würden. Wenn du nicht aufpasst, bei mir waren es meine Zwillingscousins, die mir diesen Floh ins Ohr gesetzt haben. Und im Garten sind es außergewöhnlich gute Nützlinge, welche vor allem Blattläuse und Spinnmilben verspeisen. Ein einziger Ohrenkneifer schafft 50 Blattläuse pro Nacht und eignet sich somit tausendmal besser als ein chemisches Insektenschutzmittel. Für den ökologischen Nutzgarten Kommen wir nun zu dem Aufbau dieses Ohrenkneifer-Hotels. Hierfür brauchen wir einen Blumentopf, entweder mit oder ohne Loch. Und ob Keramik oder Terrakotta ist ebenfalls uninteressant. Für den Blumentopf mit Loch brauchen wir einen schmalen Stock. Für den Blumentopf ohne Loch brauchen wir noch ein Kartoffel- oder Zwiebernetz und ein wetterfestes Klebeband. Außerdem brauchen wir für alle Blumentopf-Varianten ein Band, um dieses festzubinden. Und natürlich brauchen wir noch das passende Werkzeug, um diese zu bearbeiten. Jetzt schneidet man für den Blumentopf mit Loch vom Stock zwei Stücke ab. Eines, welches ca. den Durchmesser dieses Blumentopfes hat und eines, welches ca. die Länge des Durchmessers hat, plus 5 bis 10 cm. Den einen schiebt man in das Loch hinein, sodass er ein wenig auf Spannung ist. Den anderen platziert man im 90 Grad Winkel außerhalb. Jetzt bindet man beide fest und zwar so, dass an dem einen Ende nur noch kaum Seil übrig ist, während das andere mindestens noch 70 cm lang ist. Und man es durch das kleine Abflussloch schiebt. Jetzt lockert man die Stöcke wieder ein wenig, um das Stroh in das Loch zu schieben. Und dann zieht man es wieder fest. Jetzt kann man dieses Ohrenkneiferhotel an einen Baum hängen. Bei der zweiten Variante des Ohrenkneiferhotels gehen wir etwas anders vor. Hier stopfen wir den Blumentopf einfach mit Stroh voll, stülpen das Netz darüber, kleben es fest, verweben es mit dem Seil und knoten es oben in der Mitte fest und kleben es dann nochmal an den Blumentopf. Jetzt kann man es ebenfalls an einen Baum hängen. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da.